Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SpieleweltMV. Ich bin der Terra und wir zocken hier CityVision 2. Sagt ja auch schon der Titel aus, ne? So, ich habe jetzt mal vorgenommen, nachdem wir in den letzten Folgen, da wollen wir nicht hin, na automatisch, ich weiß auch nicht, wir haben uns mal vorgenommen, dass wir das letzte Ballwerk, Pentagon, machen. Lass uns da mal hinreisen. Oder müssen wir da irgendwo hinlaufen? Zu Pilotin oder? Warte mal. Komm, wir schauen mal, wie es da hingeht. Ach doch, wir müssen zu Pilotin. Genau. Das letzte Ballwerk. Dann wollen wir da mal hin. So. Das wollen wir. Das Pentagon liegt am Rande von Washington und ist der Sitz des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Verfügbare Standorte. Wir machen Jagd auf die Outcast-Anführerin. Hier. Ne, nein. Zum Pentagon wollen wir reisen. Wollen uns mal überraschen lassen, was das los ist. Ho, ho, ho. Ich bin gespannt. Nächste Invasion. Achso. Nicht, dass er uns jetzt... Ne, ne, hier wollen wir hin. Ach, müssen wir noch... suchen irgendwas im Pentagon und ich wette, wir wollen nicht, dass Sie es finden. Sie müssen genau das sicherstellen. Ein Hubschrauber steht bereit. Ah. Ich dachte, er macht dann gleich die Schnellreise dahin. Alles klar. So, Nebeneinsatz. Den Agenten vor dem Pentagon treffen und dann ist... Dentons Hauptgebäude eindringen. Alles klar. Na, dann machen wir Schnellreise. Zum. Ho, ho. Wir haben ein Problem. Das ist erst ein paar Tage her. Black Tusk. Wir nähern uns dem Gebäude. Der Marker ist unser Agent. Wir haben kurz darauf den Kontakt zu ihr verloren. Können wir eventuell Ihr Überwachungsmaterial ansehen? Klar, ich warte rüber. Was haben die vor? Soll ich raten? Das DARPA-Labor im Keller. Da gibt es Prototypen vom Verteidigungsministerium. Das kann eigentlich nur schlecht sein. Die Frage ist, wie schlecht? Das müssen wir wissen. Hier kommen Sie ins Spiel, Agent. Na, dann bin ich gespannt. Was wir ausrichten können. He, 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 he. Oh, na raus damit. Sie befinden sich östlich des Pentagon und nähern sich dem Bereich der Black Tusks. Suchen Sie sich einen Weg und finden Sie heraus, was die dort wollen. Ich finde das immer wieder faszinierend, als dass in den Videosequenzen der eigene Spielcharakter auch angezeigt wird. So wie man sich den erstellt hat. Gleich mal. Was haben wir? Nahrung. Okay. So, dann wollen wir mal durchstarten. Gibt sicherlich viel zu entdecken hier. Auch neue Sachen. Okay. Black Tusk-Kommunikation abgefangen. Brenner, Recon 4 hat einen unbekannten Heli Richtung Osten über dem Potomac gesichtet. Die soll zur Küste patrouillieren. Er könnte wieder abgesetzt haben. Dann kriege ich schon wieder einen Hubschrauber. Da. Ja, alles Blöde, was man so auf dem Weg findet. Vielleicht gibt es auch wieder geheime Sachen, die man finden muss oder rauskriegen muss. Okay. Da ist das Pentagon. Der Pentagon. Oh. Na klar, komm. Cool. Umschauen. Umschauen. Automatische Geschütze erkannt. Oh, oh. Oh. Da bin ich ja mal echt gespannt. Oh. Ausgeschaltet. Alles klar. Okay, okay, weiter geht's. Weiter geht's. Mal abschecken hier die Gegend. Okay. Ja, mit neuen Inhalten macht es doch immer wieder Spaß. Ein Feind in Deckung. Natürlich, weil wir es ausgeschaltet haben, sind die natürlich alarmiert. Oh. Mal kurz zurückziehen. Kann man hier irgendwo in Deckung gehen? Ich schicke jetzt. Ich schicke jetzt. Ich schicke jetzt. Ich schicke jetzt. Okay. Vor dem westlichen Gelände. Können Sie das Ziel herkommen? Es ist die Division. Verstanden. Alle bereit machen. Da ist doch irgendwo. Da ist er. Oh. Hat er so viel Bums? Wer macht uns nackig hier in der Rüstung? Nicht gut. Okay. Weiter geht's. Beteiligungssystemprotokoll. Okay. Vielleicht mal ein bisschen umfahren. Vielleicht mal ein bisschen umfahren. Jo. Das war mal Backtask. So. Gut. Dass man weiß, dass man da auch noch in Deckung hätte gehen können. Reinstürmen. Aber wer mich kennt, ich stürme nicht so ohne weiteres rein. Ich mach das lieber vom Weiten aus der Deckung heraus. Lass die Gegner lieber zu mir kommen, als ich zu denen. Weil wir haben ja Zeit. Sag ich mal, ne? Man muss ja nicht alles gleich so auf Hauruck-Aktion. Jo. Nee. Ah, hier. Alles klar. Geht er öffnen. Uoppa. So. Drin ist er. Jo. Wum. Abgerollt. Schön. Bin hier noch auf Suchmodus. Hehe. Ob hier wieder irgendwo. Vielleicht eine Tür. Wer das kennt beim Regierungsbunker. Da waren ja auch einige Sachen, die man die Türen freischießen musste. Um an Sachen ranzukommen. Oder nee, war das Regierungsbunker nicht. Das war im Dings, ne? Washington Denkmal. Genau. Pentagon Bibliothek. CVs. Okay, wir haben hier ein CVs. Das ist ja schon mal cool. Sie betreten einen sicheren Bereich. Zurück nach DC. Ah. Oh, das wackelt hier alles. Oh, jo, 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 jo. Oh, jo, jo. Also ich bewege mich nicht. Das ist im Spiel. Komm, wir schauen mal auf der Karte. Da ist der Nebeneinsatz. Einbruch. Aha. Ist das der Einsatz? Nee, da sind wir hergekommen. Huhu. Komm, wir schauen uns mal um. Das muss sein. Was ist das? Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Flussterrasse. Aha. Elektronisches Gerät erkannt. Außerhalb. Vom CVs. So. Hm, was ist hier? Haben Sie anständige Wumme hier? Hehe. Können wir da raus? Also er sagt nicht, ob wir hier die Tür öffnen dürfen. Bleibt später. Denke ich mal. Kann sein. Na, denn. Betreten. Mein Gott. Ich aktivierte das Signal, als der Kampf losging. Nie hätte ich gedacht, dass Sie durch diese Tür kommen. Wir reden lieber später. Okay. Reden wir später. Wir sind hier. Da ist der Innenhof. Die Black Tasks haben alles auseinandergenommen. Und mitgenommen, was geht. Sie müssen dahin, damit das wieder aufhört. Reinkommen ist der schwierige Teil daran. Besonders da die wissen, dass sie kommen. Ich kann versuchen, die abzulenken. Hier. Dann kommen sie durch. Ich hoffe, das ist genug. Okay. 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 Hey. Schön, Sie zu sehen. Genau. Nicht zu für reden. Einfach nicken und dann passt das. Funktioniert das? Gut. Sie müssen entlang der Terrasse über der Bibliothek einen Weg hineinfinden. Alles klar. Jetzt kommen wir sicherlich über die Terrassen. So, und wir sind ja hier im Safehouse. Deswegen sind hier auch andere Spieler noch zu sehen. Wie üblich. Aber jetzt dürften wir durch die Terrassen durchkommen. Da ist die Tür auf. Das ist gut. Also. Aufladen. Ja, komm. Ach, hat er schon. Na. Okay. So, Funkgerät hat er doch entdeckt. Ach da. Ja. Hast du schon Urlaubspläne? Ich möchte nach New York. Meine Eltern besuchen. Vergiss nicht, deine Chirurgenmaske mitzunehmen. Man sagt, dort geht ein fieser Virus um. Ja. Ich mache mir auch Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Weihnachtsparty. Naja. Gut. Oh. Also ein Black Task. Großumschauen kann man sich gar nicht. Man muss gleich. Beschaffen Sie sich einen Zugang. Je größer, desto besser. Ich beschäftige die Black Tasks, während Sie das Gebäude infiltrieren. Einen Weg ins Pentagon finden. Ja. Geht aber trotzdem sicherlich nicht ohne Kampf. Denke ich mal. Wir werden das Geschütz aufbauen. Das ist immer ganz hilfreich. Als Rückendeckung. Und es zeigt uns an, wo die Gegner sind. Finde ich immer ganz gut. Und? War der noch nicht fertig? Ich dachte. Huch. Gut. Nachladen macht er. Ein Heli als Verstärkung. Oh oh. Ah. Woll ich Feuer hinlaufen? Hat er mich doch noch erwischt? Das ist ein Scharfschützen. Gewehr. Oh. Geschützt. Oh. Da wird waldert. Da ist ein Störgerät. Hey. Machen wir noch ein Wettplatt. Dann den ganzen Tag so weitergehen. Den ganzen Tag so weitergehen. Na dann machen wir nochmal Supermine. Cool. 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 Alles erledigt. Da ist noch ein Sunny. Der gerade einen heilt. Den müssen wir aufschalten. Okay. Der versteckt sich dahinter. Oh. Da kommt jetzt einer auf und zu. Boom. Wer schießt denn dahinter? Ist er denn geschützt? Da. Gar nicht gesehen. Ausgeschaltet. Einer ist noch. Ich glaube den Onkel Doktor haben wir noch irgendwo. Umherfliegen. Kommen noch welche? Dann machen wir das mal geschützt weg. Alles klar. Ne. Scheiben wir jetzt alle erledigt zu haben. Weil dann wohl irgendwie noch ein Auto, äh, ein Geschütz aufgebaut gewesen. Ich kann ja da schon wieder was schleichen. Explosive Stoffe erkannt. Da hinten. Da. Geschütz. Das haben wir schon mal ausgeschaltet. Das andere ist da hinten. Aber irgendwo läuft mir einer umher. Da. Sag ich doch. Wunderbar. Ausgeschaltet. Geht er auch mit der Granate kaputt zu machen? Oder ein bisschen Störung zu machen? Hoffe ich doch mal. Uiuiuiuiuiui. Gleich schießt er. Gleich schießt er. Gut. Erledigt. So. Dann wollen wir uns mal umschauen. Was hier so gibt. Waffenkiste. Sehr wichtig. Sehr wichtig. So. Ja, ich habe das Sturmgewehr angelegt. Ich dachte mal so jetzt mit Schnatterente hatte ich ja auch eigentlich jetzt die letzten Tage gespielt. In der offenen Welt und so. Da ging das. Nun denke ich mal hier machen wir das mal nicht. Hier mal ein Sturmgewehr. Können natürlich auch ein Gewehr anlegen. So. Wir schauen, wir schauen, wir schauen. Wie, wie, hört ihr das? Wie, wie, wie? Alarm oder was? Dann müssen wir bestimmt kaputt schießen. Wann hat die Beine nur? Ich habe gedacht, ich bin drei gewesen, die ich gesehen hatte. Moment. Einen Weg hier rein finden, sagt er. Zerstören. Zwei von drei. Hä? Habe ich vielleicht doch einen übersehen jetzt gerade? Ne, da. Sag ich doch. Hier. Hatt ich doch richtig geguckt. Ich sagte, verschaffen Sie sich Zugang. Nicht sprengen Sie das Pentagon. Ja, na, wir sind, ne? Pyromanen. Wir wollen gerne zerstören. So, nochmal schauen. Ob hier auch noch irgendwo eine Kiste liegt. So, im Schnelldurchlauf. So. Da ist ein LKW. Hier müssen wir durch. Oh, es geht nach unten. Wir kommen von unten. Ich sehe seit der Explosion einen kompletten Stromausfall im Pentagon. Das ist ein Problem, das Sie lösen müssen. Guck mal. Sieht cool aus. Augen auf. Erwarten Sie nicht, dass es so ruhig bleibt. Okay. Danke für den Hinweis. Hätte ich auch jetzt nicht erwartet. Kann man hier vielleicht noch aktivieren? Nö. Gut. Ah, ne, ist das Stromausfall. Haha, ja, nee, ist klar. Ach, Terra, Junge. Hör doch mal zu. Super. Mein Flug wurde gestrichen. Ist sicher besser. Es ist sicher keine gute Idee, jetzt nach New York zu fliegen. Ist das wirklich so schlimm? Ja, es sieht nicht gut aus. Terra berichtet von Quarantäne-Maßnahmen. Dann entschuldigt der Transport-Sicherheitsbehörde wohl eine Entschuldigung für meine Beschwerde. So, wir schauen mal alles nach. Ist noch was zum Plündern. Gehen hier die Türen auf? Nein. Nein, 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 nein. So. Hallo, meine lieben Leute. Ja, bla 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 bla. Ja, der schöne Igel. So, weiter geht's. Wir müssen da hoch. Hier ist auch noch was zum Plündern. Gehen noch keine Türen auf. Gut. Hier noch mal reinschauen. Alles klar. Alles klar. Na, denn. Wie sieht. Das Besucherzentrum erreichen. Hier gibt's schon wieder Munition. Dann geht's bald wieder los mit Ballaballa. So, auffüllen. Hatten wir schon aufgefüllt? Ach ja, draußen. Ja, vergesslich. Komfort. Ich hab die normale Splittergranate angelegt. Macht mehr Bums als... Oh, das wird interessant. Wo machen wir denn hin? Wo ist er? Da ist er dicke. Wo machen wir denn hin? Wo machen wir denn hin? Wir müssen erstmal konzentrieren, weil der kann Granaten schießen. Siehste? Sag ich doch. Der Granatschießer. Nachladen. Okay, der ist weg. Können wir uns um die anderen kümmern? Ah, wieder zu spät gelost laufen. Du miesst aber auch. Na komm. Gott. Den hätten wir erledigt. Wir wissen, dass wir da sind, aber nicht, wo Sie hinwollen. Seien Sie schnell und schlagen Sie hart zu. Dann haben Sie eine Chance. Seien Sie schnell und schlagen Sie hart zu. Yo. Machen wir doch immer. Jupp, das ist ein Funkgerät. Verdammt, ich hätte nicht gedacht, dass das Virus uns hier erreicht. Ich hörte, dass Bär und Mieke die Grippe haben und deshalb sind jetzt da in Quarantäne. Ja, das sind schlechte Nachrichten. Sowohl für Sie als auch für das Projekt. Es dauert alles so viel länger mit diesen Einschränkungen. Das ist wohl die Strafe für Ihre Büroaffäre. Alles kalt. Ich musste Sie ja unbedingt miteinander treiben und sich mit der Dollar-Grippe anstecken. So. Wir haben den Zugangsschlüssel erhalten. Vom Dicken. Bup, bup. Ah, guck mal da. Gibt es Black-Task-Schlüssel? Ach, ein Schlüssel der Hyenas. Ah. Guck, hier kann man also auch Schlüssel sammeln zwischendurch. Macht doch mal den Alarm aus. Wir schauen uns mal hier um. Okay. Da sagt er, sollen wir hin. Aber wir müssen noch weiter, ne? Genau. Brauchen wir für den Zugangsschlüssel. Einsatz abgeschlossen. Echt jetzt? Echt jetzt? Das war's? Na, wir schauen mal. Oder war bloß das eine? Das Pentagon-Haupt-Einsatz. Sorry. Gegnerstufe. Zaller, hier bräuchte ich. Hinein leid. Alles klar. Das war dann die erste Etappe im Pentagon. Dann sag ich mal, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat oder nicht. In diesem Sinne, ja, und wenn ihr den Kanal abonnieren möchtet, könnt ihr gerne tun. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, kostet ja nix. Ist nur ein Klick. In diesem Sinne und empfiehlt... Achso, wieder vergessen. Empfiehlt mich gerne weiter und schau doch mal in einer Playlist nach. In diesem Sinne sag ich mal, goodbye. Bye, bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns, wie es dann weitergeht hier im Pentagon. Euer Terra. Bye, bye.